Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Feat the Beast und bewacht das Haus. Ähm, ja. Sir Credox begibt sich jetzt leider noch nicht auf den Rückweg, aber er sucht für uns schöne Sachen. Und ich hab hier meine helfenden Hände oder meine verrotteten Hände, die schon alles beim Aufnehmen und so weiter abgefallen sind, gerade hier im Inventar. So ungefähr fühlen sie sich an nach zwei Stunden Aufnahme. Ähm, ja, was mich aber nicht davon ab, oder was uns nicht davon abhält, weiter aufzunehmen. Allein weil es uns Spaß macht und weil es toll ist. Ich hab, ich hab, ich hab das gefunden, was du brauchst. Was denn? Ach stimmt, der ist, äh, warte mal. Wie heißt das? Nein, nicht das. Nicht das? Was dann? Ähm, Uran? Palladium, ne, ja Uran, genau. Palladium, bekomm ich jetzt auch Palladium. Weiß ich nicht. Da, die hier, die Kulo, wollte ich jetzt machen. Palladium ist auch ein Element. Achso, die mache ich aus... Ach, dann wahrscheinlich aus Krimine. Da, die hier muss ich jetzt erstmal machen. Da muss ich drei solche machen, dafür brauche ich drei Eimer. Und Zinn. Drei Eimer und Zinn, dann kommt das da raus. Wow, 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 wow. Wir sehen, ich sehe gerade, wir müssen unsere Messfabrikator wieder anschmeißen, weil wir viel zu schnell Scrapboxen produzieren und die schon aus den Messfabrikator rausfallen. Wir sehen, wir sind da schon drin, krank. So viel mal. Unsere MFE ist voll, unsere MFSU ist voll. Oh, das ist doch geil. Ah, ich muss mal wieder meinen Nano-Suit aufladen. Ne Quantum Suite? Ja, auch noch ein bisschen. Voll. Voll. Also, erzähl doch mal, was machst du? Marble-Klocken. Dumm-dum, gib mir Gumm-Gumm. Was gibt's da zu lachen? Nix. Bester Film ever. So, zack. So, was wollte ich jetzt gerade machen? Ich wollte für die Cooler was machen. Ich wollte die Eimer aus der Truhe holen. Ach, deswegen hab ich hier. Stimmt, das ist ja der Grund, wieso ich hier Wasser hab. Oh cool, ich hab auch gerade Wasser gefunden. Nirgends mehr unterirdische Höhe mit dem Wasser. Falsch. Ich wollte dich da rausnehmen, sondern ich wollte da raus. Und nochmal da rausnehmen. Und jetzt wollte ich dann in eine Workbench gehen. Das da reinlegen. Zinn, da 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 da. Ah, kennst du das, wenn du im Windows Media Player was leise schalten willst und das schon auf 1 ist, aber immer noch viel zu laut ist? Ja, ja. Das ist so ein Scheiß. So. Was haben wir denn hier? Tin? Bitte, ist es Tin? Ja, Tin können wir auch brauchen. Ja, Tin hab ich. Ja, gut. Super. 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 So, also ich brauche. Ich brauche, den brauche ich 2 solche. Oh, Copper. Unterwasser Copper. Sprich allein schon mal 6. Zähn, okay. 4. So. Okay, dann baue ich jetzt hier noch kurz ein bisschen Marble ab und dann begebe ich mich auf den Heimweg und habe wieder Copper gefunden. Okay. Dann hier ist vier Copper, Menschen-Skin und Marble. So, jetzt habe ich erst mal sechs solche Teile, eins, zwei, drei, dann war Tin drüber und Tin drunter, ja, das ist übelst Tin aufwendig, eins, zwei, ja, du machst grad Bronze, oder? Nein. Okay, dann halt nicht, ich mach die Cool and Cell. Ich mach 60k Cool and Cell. Da brauche ich dann zwei davon, da und da wieder Tin. Den Copper habe ich angeschmissen. Was ist da los? Der Kompressor läuft nicht mehr. Er hat Strom und alles, aber er läuft nicht mehr. Oh mein Gott, ich habe mein Backpack und mein Diamond Troll leer gemacht. Okay. Gut. So. Ich habe zu wenig Tin. Okay. Und ich such jetzt den Ausgang. So. Du hättest meinen Mining Laser mitnehmen sollen. Naja, das passt schon. Das kriege ich schon. Ja, dann wäre ich aber schneller rausgekommen. Ach komm, hier ist überall Tin. Ja, dann nimm es mit. Auf jeden Fall. Kann ich nicht. Das dauert so übelst lang zum Abbau. Was? Was hast du denn? Das ist mit dem Ski-Zen. Und dein Bedpack? Und dein Bedpack? Auch leer. Und was ist mit der Solarzelle? Ich bin in einer Höhle. Ich bin in einer Höhle. Au. Oh Gott und wurde gerade von einem Skelett erschrocken. Erschreckt. freshen wir alle. Ach. Ich will hier raus, ich bin ein Star. Holt mich raus. Oh, Copper. Ah, verschwende! Scheiß Zombie. Oh, ich hab mal wieder was zu essen. Ich hab hier Copper und Uran. Mensch... Okay... Ey, Hunger? Gehst du voll? Nein... So... 1, 2, 3, 4... Und ich brauch 10... Dann mach ich jetzt den Kin mit... Oh Gott, das dauert lange... Okay, ich nehm hier noch das Uran-Rid... Aber ich hab Holz dabei... Könnte ich mir theoretisch... Oder ich hab Holz dabei, oder? Ah, nur das Holz... Wieso war's nur das Holz? Äh, Silverwood-Holz... Ne, das geht nicht damit... Hm... Ne, okay... Also dann doch raus hier... Wenn ich dann Ausgang finde... Ich bin Level 25... Ähm... Wofür brauch ich dieses Refined Iron jetzt nochmal? So... Ähm... Da war mein Todespunkt... Irgendwo? Ach, das brauch ich dafür... Stimmt... Nein, hier bin ich wieder bei Mabel... Ich will nicht zu Mabel... Dahin... Bin ich gestorben, genau... Und dann bin ich von hier gekommen... Irgendwo... Haben wir keine Bronze mehr? Ja... Ich will mich aber jetzt sehr enttäuschen... Äh, wieso ist das hier mal... Äh, woher komm ich denn? Ich bin von da oben... Kann ich hin... Hier... Bitte, hallo... Ich will hier raus! Wir haben ernsthaft kein... äh, kein Bronze mehr... Das verblüfft mich jetzt aber ernsthaft... Das verblüfft mich jetzt aber ernsthaft... Ah, sie hat jetzt raus jetzt... Äh... Aber für irgendwas anderes... Äh, Bronze musst du mit hinmachen... Ja, ich weiß... Okay... Das ist gut... So... Moment, aber irgendwas anderes... Achso... Uran... Äh, wo haben wir jetzt bitte schön... Den Star... Aua... Ich hab dich gesehen... Glowstone... Verschwinde... Dein Zerberleck mal wieder ein bisschen... Ja... Entschuldigung... Da haben wir Glowstone... So... Aua... Ich bekomme keinen Schaden... Checkst du das nicht? Mensch... Dämliche Skelette... So... Okay... Noch da? Hm? Hallo? Äh, ja... Okay... Gut... Okay... Achso... Suche ein Glowstone... Meinst du, dass wir ein Stack haben? Also halt so Glowstone... Blocks... Ich dachte nur Glowstone... Dust... Bau die hin... Und dann haben wir Blöcke... Äh... Dann hast du... Bau hin... Ja, ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Das weiß ich schon... Aber... Ich wusste nicht, dass du meinst, dass wir 64 solche Blöcke haben... Achso... Ich dachte, du meinst, wir haben 64 Glowstone... Warte... So... Das brauch ich... So... Jetzt brauch ich mal hier kurz das Solar Panel hin... Und... Lad kurz alles mögliche auf... So... So... Maximum mein... Okay... Dingens gemacht... Und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht... So... Ich glaub's doch so... Und dann noch... So... So... Oder umgekehrt... Nein... Doch nicht... Okay... Aber ich... Doch... Ich schau jetzt kurz nach... Ähm... So... La... Panel... Da... Achso... Da brauch ich 8... Boah, heftig. Okay, äh, warum? Du auch. Kriegsel, was, brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. So. Gut. Das brauche ich jetzt gleich. Die brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Boah, Gott. Äh, Torben. Nein. Was? Was? Ich brauche dann wieder einen Advanced- Obwohl, ich habe ja noch eins hier, aber ich brauche die Ranch. Boah, das ist knapp. Ah, es lebt noch. Ich brauche die Ranch dann wieder. Okay. Ich bin halt nur leicht weit weg. Ja, eben. Du kommst ja jetzt aber langsam wieder zurück. Oder was heißt langsam, du kommst ja jetzt wieder zurück. Hm. Boah, ey. Wir nehmen jetzt, wie lange nehmen wir jetzt gerade auf, Sean? Weiß ich nicht. Also wir nehmen jetzt vielleicht schon seit drei, vier, fünf Stunden auf. Und, ja, deswegen habe ich jetzt schon einen leichten Tunnelblick. Okay. Sechs. Das ist jetzt eins. Sag mir mal auf welchen Koordinaten du gerade bist. Eins, zwei, warte kurz, drei, vier, vier, fünf, sechs. Äh, ich bin gerade auf den Koordinaten. Ähm, 49, 84 und 163. Puh. Okay. Okay. Ja, das hört sich an, als wärst du leicht weit entfernt. Äh, ich bin bei minus 1134 und bei plus 2100. Ja, das hört sich an. Ein bisschen. Dann ein kleines Bierzle. So, okay. Das war so drumrum. Und dann jeweils eine Zelle rein. Muss man anmorden. Hm? So muss ich ja, ja genau. So, äh, doch nicht so. Wie war denn an dieser? Kommt der Trick aus. Nein, das war das Falsche. Da, da. Da, da hast du 3 Zellen und oben und unten 10. Stimmt ja, deswegen brauchte ich ja auch so viele Zellen. Ah, ich bin auf dem Weg nach Hause. Super. Gibt's eigentlich sowas wie ein Motorboot oder so? Ich hab keine Ahnung. Hm. Wäre bestimmt voll cool. Mhm. Ich muss noch bis morgen, ähm, die spanischen Vokabeln lernen und die Zahlen von 1 bis 100. Auf Spanisch. Auf Spanisch. Hier. Ah, das ist leicht begrenzt. Sorry, ich hab hier noch die Mittagspause. Habt ihr? Ja, habt morgen auch Mittagsschule, gell? Ja. Der Kompressor will nicht mehr arbeiten. Hm. Kein Strom mehr da vielleicht? Nein, der hat Strom. Okay. Der hat Strom zu haben, meinst du? Herrgott. Was hat der? Äh, vielleicht hast du einfach nur das falsche da reingepackt. Nein, das hat ja zwei davon gemacht, aber dann ging's nicht weiter und jetzt geht's gar nicht mehr. Hm. Cool. Auch gut. Jupp. Ah. So. Ich fühl mich minimal gemobbt. Na, wenn's nur minimal ist. Jo. Ich hoffe, du hast wieder auf die Zeit geschaut. Äh, nö. Wir sind bei 17 Minuten 45. Ja. Cool. Ne, warte, ich glaub ich hab schon seit 2 Minuten aufgenommen. Guck mal kurz bei dir bitte. Ja, 15 Minuten irgendwas hab ich gerade gemacht. Ich glaub ich hab schon viel. Okay, gut. Ha. Super, perfekt. Aber lass mich noch kurz nach Hause kommen. Ich brauch vier davon. Ey, so hammerhart. Hammerharthart. Ich brauch noch so'n blödes Teil. Wo hab ich's jetzt gemacht? Ich bin gleich zu Hause. Mann, das regt mich jetzt gerade aber ziemlich auf, dass ich jetzt noch ein blödes Teil habe. Da ist der Kompressor von uns nicht mehr für uns. Ich komm. Hm? Ich komm. Ich komm ja schon. Ach, komm. Nein, ich nicht. Du hast gesagt, du. Ist ja okay. Mhm. So. Äh, ich hasse das. Hey, da dürfen nicht weniger als vier drin sein, damit der komprimiert. Braucht es jeweils vier... Vier... Oh Gott, das wär ja echt heftig. Das kann schon sein. Willst du ne... Boah. Nee, äh, 25 und jetzt 17. Hm. Okay. Ich würd sagen, das ist minimal vier. Minimal, ja. Okay, jetzt muss ich das ganze Spielchen nochmal machen. Hehehe. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah. Jetzt waren's drei dann. Und dann muss ich das ganze Spielchen nochmal machen. Heimat, ich komme. Wie viele sind es eigentlich gewesen dann? 25 auf 17. Tja, ich seh das schon. Unser Zuhause. Du siehst das Haus schon, wow, unglaublich. Ja, und du bist 140 Meter von mir entfernt. 130 mal 20. Ich bin gleich bei unserer Mondinsel. Das sind acht Copperbrots dafür, das ist heftig. Yay, juhu. Nochmal was übelst aufwendiges. Und... Okay, das ist nicht so aufwendig. Trotzdem, das ist trotzdem noch langweilig. Das ist schon Komma gewohnt. Und wohlgemerkt, Gravitations, das ist die erste Gravity Engine, die ich mache. Und habe dafür seit Anfang der Folge und schon Ende letzter Folge damit angefangen, dafür Sachen zu machen. Okay. Wofür brauche ich das für Silent Iron jetzt? Wir haben wieder da. Yay, super. Wieso hast du den Keller zugebaut? Mensch. Allein aus dem Grund, weil die ganze Zeit Monster hier aufgetaucht sind. Und das regt mich monstermäßig auf. Okay. Okay. So. High five. Mach mal. Pass auf, du wirst von den Teilen da abgeschossen. die an den Ecken lässt du stehen ja so dann die da lasse ich ausstehen also den ausgang kannst du dann wieder ja gleich so jetzt sind wieder jetzt sind wieder halbwegs alle auf jetzt kannst du wieder hier rein und rausgehen ich brauche zwei dias und drei vier ob sie zwei wir machen es nächste folge also dann auf wiedersehen bis zur nächsten folge wie immer daumen hoch wenn er wollte und verbesserungsvorschläge wenn er wollte und abonnieren wenn er wollte und so weiter und so fort genau bis zur nächsten folge